Willkommen bei Connected Cooking Lifehack. Deine Quelle für verblüffend einfache Lösungen. Heute zeige ich dir, wie du einen Benutzer löschen kannst. Wir starten auf unserer Connected Cooking Website. Dort gehen wir auf Verwaltung, Benutzer und erneut Benutzer. Nun siehst du eine Liste von allen Benutzern. Um ihn zu löschen, gehe auf die drei Punkte und wähle Löschen aus. Daraufhin öffnet sich ein Fenster. Bestätige, dass du diesen Benutzer löschen möchtest. Und so einfach geht's. Dein Connected Cooking Team wünscht dir viel Spaß.